Also die Aufgabe ist jetzt, dass jede von euch eine Strecken rennt und man stoppt die Zeit. Darf ich dir gleich mal den Oskar geben? Auf die Plätze, fertig, los! Oskar, komm! Oskar, komm! Oskar, das geht doch nicht auf! Oskar, das geht nicht! Ich habe ihn so angefeiert, dass er so schnell läuft. Oskar! Oskar, komm her! Der geht ja von Arsch, du uns! Oskar hat eine schöne Mehrkraft, das sind so manche Dame von mir. Aber ja, mei, ich glaube, der hat ein bisschen 20 Kafferflucken von mir gegessen zum Frühstück, sonst wäre es leicht gegangen. ARD Text im Auftrag von Funk